Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua, Maschia, unser Herr und unser Elohim, unser Retter. So wie ihr das wisst, also in das Wort sagt uns, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Joshua, Maschia, danke für diesen Moment, danke für dein Wort, lehre uns her, führe uns Joshua. Wir brauchen dich so sehr und für dich wollen wir leben. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. So, ich möchte über Kötzendienst, also mit Kötzendienst reden. Es ist, also das Wort sagt also, dass der Herr, unser Herr Joshua, Maschia kommt für seine Gemeinde. Er wird seine Gemeinde holen. Und ich möchte euch auch alle sagen, dass wir, wenn der Herr nicht jetzt kommt, irgendwann werden wir sterben. Also, niemand wird also auf dieser Erde ewig bleiben. Nur die, die mit dem Herrn gehen, werden in der Ewigkeit also mit ihm sein. Und die letzten Zeiten habe ich also festgestellt, also wenn ich also das Wort lese, das Wort sagt, dass ganz wenig, ganz wenig, wenig werden das Reich des Herrn schaffen. Und je mehr ich das Wort lese, stelle ich einfach fest, also dass es wirklich stimmt. Und je mehr ich also diese Welt sehe, wie die Menschen leben, wie wir alle hier leben, stelle ich fest, also dass ganz wenig, also wirklich reinkommen werden. Weil das Wort, also uns sagt, dass die Leute, die Kötzendienst treiben, die werden nicht das Reich des Herrn, also die werden nicht reinkommen. Wir können das mal lesen. Ich nehme mal also die Bibel. Also in der Offenbarung, wenn wir in der Offenbarung gehen, ganz am Ende, in der Offenbarung, Kapitel 22, steht das im Vers 15. Vers 13, denn draußen sind, also Vers 13, ich bin das A und das O, also das Alpha, das Omega, der Anfang, der Anfang, ich mache das ein bisschen größer. Vers 13, also Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Selig sind die, die seine Gebote halten, auf das sie Macht haben, an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen, in die Stadt. Also ich lese hier von Luther, Version. Denn draußen, draußen sind die Hunde, die Zauberer und die Hure und die Totschläger und die Abgötischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge. Wenn man also ab Götisch also liest, das steht hier auf Griechisch, Idol, Letters, also das ist Idol, so pronunziert man das, aber es ist schwer. Idol ist, das steht auf Englisch, Worshipper of false gods or idolater. Also Idol hat also mit Götzendienst zu tun. Das ist Götzendienst, falsche Götter. Also die Leute, die falsche Götter anbeten, die werden nicht ins Reich Gottes reinkommen. Die Bibel sagt, dass sie draußen bleiben werden. Wir können nochmal, also in 1. Korinther, vielleicht also 1. Korinther, sieht man das also besser. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht verführen. Weder die Hure, noch die Abgötischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Nehmen wir mal, vielleicht eine andere Bibel. Also gehen wir mal hier rein, im Bibelserver. Also nehmen wir, nicht Luther, aber 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Und dann nehmen wir Schlachter zum Beispiel. Schlachter, genau, diese Bibel. Also, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, steht wieder, ich mach das größer, das Ungerechte, das Reich Gottes nicht ererben werden, ihr euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener. Götzendiener, also hier steht also ganz klar, Götzendiener, Götzendiener werden das Reich des Herrn nicht, 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 nicht erben. Also, es ist, es gibt so viele, also es gibt viele von solch Bibelferse, wo der Herr sagt, also dass die, die, die Götzendiener, die Leute, die Götzendiener so treiben, die werden nicht reinkommen. Aber, liebe Geschwister, schauen wir mal also, wie diese Welt ist. Oder, oder schauen wir mal so, unser, unser eigenes Leben. Was ist überhaupt Götzendienst? Was ist das? Wir haben gerade also gesehen, also in der Bibel gelesen, dass die Leute, die sowas treiben, die Leute, die so leben, die werden nicht, die, die, die werden nicht in den Reich Gottes reinkommen. Was ist Götzendienst? Was ist Götzen? Was bedeutet das? Also, gehen wir mal, wir müssen also das Wort, das Wort des Herrn gehen. Gehen wir mal also direkt in 1. Mose. In 1. Mose, Kapitel 20. In Kapitel 20, wie werden also die Definition? Ne, in 2. Mose, Entschuldigung. 2. Mose, Kapitel 20. Wir werden die Definition von Götzendienst, also Götzen lernen. Und dann das also mit unserem Leben vergleichen. Wo sind wir? Sind wir Leute, die Götzendienst also treiben? Sind wir? Haben wir Götzen überhaupt in unserem Leben? Also, der Herr sprach hier zu Mose. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt habe. Also, ab Vers 3. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild nicht, noch irgendein Gleichnis machen. Weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden, oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Also, lieber Geschwister, gucken wir mal also diesen Begriff hier. Er sagt, du sollst dir, erstmal, du sollst keine andere Götter, das heißt, du sollst keine andere Elohim neben Yahweh haben. Keine andere. Das bedeutet, dass Yahweh der Einzige, unser Einziger, Einziger Elohim, unser Einziger Gott sein muss. Aber wenn wir diesen Begriff, kein Bildnis, er sagt kein Bildnis, und da steht Petzl, also auf Hebräisch, hier steht Idol auf Englisch, Image, also ein Bildnis, Idol, wenn man Idol, also auf, wir können im Wörterbuch gehen, also ich gehe schneller in ein Wörterbuch, hier, Wörterbuch, dann gebe ich also Idol, 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 der Götze. Idol ist das Götzenbild. Lieber Geschwister, damit wir alle wissen, es gibt hier diese Bildnis, du sollst kein, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis, also machen. Also das bedeutet, und dann geht es weiter, Vers 5, bete sie nicht an. Du sollst diese Götze, diese Bilder, diese Bilder nicht anbeten. Das heißt einfach, Götzen, der Götze. Götze ist einfach ein Bild, ein Bild, das ist also ein Bildnis oder ein Objekt oder sogar eine Aktivität. Götze ist einfach etwas, was wir tun, das einfach die Stelle von unserem Herr, Joshua, Mashiach, unser Herr, Jahwe, übernimmt. Weil der Herr sagt hier, bete sie nicht an. Das heißt, die Stelle, da wo Joshua ist, in unserem Leben, das wurde von einem Bildnis, es wurde von einem Objekt, es wurde von einer Aktivität ersetzt. Und dann spricht man von einem Götzendienst. Aber hier, bleiben wir erstmal bei Objekten. Der Herr sagt hier, diese Bilder, diese Bildnisse, bete sie nicht an. Und diene ihnen nicht. Weil dieser Begriff, also hier, bitte sie nicht an, hat auch mit, geh nicht auf die Knie. Du sollst sie nicht erheben, an der Stelle von Gott, von unserem Elohim. Das ist Götzendienst. Aber lieber Geschwister, gucken wir mal. Habt ihr gesehen? Habt ihr in vielen Gemeinden gesehen, in vielen Kirchen, Gebäuden, diese Bilder? Bilder von Joshua? Die hängen in Gehäuse, also an der Wand und sowas. Und die Leute beten sich, beten solche Bilder an. Diese Bilder sind einfach falsche Götter. Götzen. Es geht noch weiter. Heutzutage tragen Leute sogar Kreuz, diese Kreuz und sowas. Die beugen sich also vor solche Kreuze. Maria anbeten. Bilder von Maria, Statue von Maria, Statue von Jesus, Statue von Joshua und, 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 und. Solche Sachen habt ihr nicht gesehen? Seht ihr nicht, dass viele Leute, viele, die im Götzendienst sind und draußen bleiben werden? Das ist, was wir sofort sehen. Lieber, wenn du ein Bild, ein Foto von diesem falschen Jesus, also wer hat überhaupt Jesus fotografiert? Wer? Wer hat überhaupt also Jesus fotografiert? Wie kann das sein, dass die Leute so Bilder von einem Mann, der so mit blauen Augen, er sieht sogar wie ein Schwede, jemand aus Nordeuropa? Und die sagen, das ist Jesus. Und hängen solche Bilder zu Hause? Götzendienst, Götzen, zu Hause. Und das Schlimmste noch, die Leute beugen sich also vor irgendwelche Kreuze. Ja, Jesus auf ein Kreuz, ja, er wurde gekreuzigt, ja, ein Bild. Und die beten sowas an. Die beten sowas an. Beugen sich also vor irgendwelche Bilder, Götzendienst. Wer sowas tut, wird draußen bleiben. Bleiben wie bei Objekten erstmal. Diese ganzen Objekten, man sieht das also in vielen Gemeinden, die Leute legen sogar ihr Vertrauen auf Kreuzen. Man trägt also ein Kreuz, eine Kette und so und sagt, und bevor, habt ihr die Fußballer gesehen? Bevor sie reingehen, die küssen erstmal ihre, machen das so ein, das ist Kötzendienst. Die machen so eine Bewegung, Kreuzen und, das ist Kötzendienst, liebe Geschwister. Wenn du das tust, tut Buße. Tut Buße. Wenn du solche Bilder bei dir zu Hause hast, wirf das weg, nimm das raus. Wenn du solche, keine Ahnung, Bilder von Jesus, von so ein Kreuzen oder, habt ihr diese orthodoxen, katholischen Kirchen und alle diese komischen, alle diese Gemeinden, alles was wir da sehen, seht ihr diese Kötzendienst, wie Kötzendienst dort betreiben wird? So viele Leute sind auf dem Weg, auf dem Weg zur Hölle, entfernt von Yeshua, Maschia, entfernt, also draußen, wie die Bibel es sagt, draußen, die bleiben draußen, die können nicht ins Reit Gottes reinkommen, wegen dieser Kötzendienst. Das sind diese Objekte. Die Bibel sagt ganz klar, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden, oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der das Heimsucht der Väter misst, misst hat an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Das heißt, die Leute, die die Götzendienst treiben, die hassen Gott, die hassen Yahweh, denken, dass sie Yahweh dienen, aber die hassen ihn. Lieber Geschwister, ich möchte euch eine Geschichte, also etwas lesen. Ja, das ist in der Bibel, das ist in der Bibel. Hier geht es um Objekten, Sachen, die wir sehen, Sachen, die wir einfach so sofort erkennen können. Aber lesen wir mal eine Geschichte hier in Ezekiel Kapitel 14, Abvers 1. Und es kamen etliche von den Ältesten Israel zu mir und setzten sich vor mir. Da geschah das Herrn Wort zu mir und sprach, Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und halten an dem Anstoß zu ihren Misstaten. Sollte ich denn ihnen antworten, wenn sie mich fragen, Hey, lieber Geschwister, es geht hier um Götzen in ihren Herzen. Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen. Nehmen wir also eine andere, also zum Beispiel, nehmen wir mal Schlachter. Ach, 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 Joshua. Ach, Joshua, wie sollen diese Sachen, das sollen wir wirklich, wir müssen richtig, richtig aufpassen. Richtig aufpassen. Wir müssen das so ernst, so ernst nehmen. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israel zu mir und setzten sich vor mir, äh, setzten sich vor mich hin. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herzen geschlossen. Götzen, diese Bilder, diese Bildnis, diese Idolatry, wie man auf Englisch sagt, diese Idols, diese Götzen, diese Bilder, diese Sachen in ihrem Herzen, die tragen das da drin. Götzen in ihr Herzen. Diese Götzen können Bilder sein, Objekten sein, die können gewisse Aktivitäten sein, Aktivitäten, die die Stelle, die Stellung, unser Herr Joshua, Maschia, unser Elohim übernommen haben. Oder, noch schlimmer, Menschen. Menschen, die die Stelle Joshua, Maschia, in unser Herzen übernehmen. Unglaublich, liebe Geschwister. Männer, Menschen, die können, diese Götzen können, deine Kinder, deine Frau, Freunde, sowas. die können sogar Prediger sein, die können sogar sogenannte Männer Gottes sein. Du trägst sie in deinem Herz, die haben die Stelle von Joshua, Maschia, in deinem Leben übernommen. Was sie sagen, ist größer, als was der Herr sagt. Du tust lieber, was sie sagen, anstatt was Joshua sagt. Götzen in unserem Herzen. Götzen, das ist die Sünde. Deswegen sagt, sagt, sagt die Bibel, draußen, draußen, eh, draußen die Leute, die Götzendienst treiben. Habt ihr gesehen, liebe Geschwister? Du hast gewisse Aktivitäten in deinem Leben, die, die, also, du tust das mehr. Du bist immer, immer dort, als die Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Bevor ich, also, dieses Predigt, also, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, also, wie ich lange gezögert habe, vom Götzendienst zu sprechen. Weil, du musst aufpassen, wenn du selber da drin bist, und dann kommst du und erzählst sowas, Götzendienst, Götzendienst, trägst du nicht, gibt es also Sachen in deinem Leben, die die Stellung von Joshua Maschia genommen haben? Er sagt, komm zu mir, oh, Fernseher, guck, guck mal, diese Generation, guck mal, wie diese Generation verloren ist. Unser Handy, unser Mobil, unser Smartphone, wie die Smartphone das Leben von vielen Menschen hier kontrollieren, wie Fernseher, wie YouTube, wie, wie die Medien, die das Leben von so vielen Menschen kontrollieren. Liebe Geschwister, wenn wir nicht Buße tun, dann sind wir verloren. Götzen, Götzen, Götzendienst. Und der Herr sagt, alle, die sowas tun, die kommen nicht rein. Die kommen nicht rein. Und deswegen, so habe ich verstanden, Herr, stimmt. Viele Leute werden das nicht schaffen. Oh, Herr, bitte, vergib mir. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, vergib mir. Vergib mir. Ich habe Menschen, ich habe sogar, es hat so viele Momente gegeben, wo ich, mich also, ich sollte mich also für Joshua entscheiden, habe ich mich also für Menschen entschieden. für gewisse Aktivitäten entschieden. Statt sein Wort zu tun, habe ich Menschen gefolgt. Statt sein Wort zu tun, habe ich meine eigenen Aktivitäten gefolgt. Ich habe Joshua in vielen Situationen hinter mir gelassen und andere Sachen nachgefolgt. Ich musste Busse tun. Ich musste Busse tun. Und der Herr sagte, wie kannst du mich dienen, wenn dein Herz voll, dein Herz voll mit Ding, mit Götzen sind. Und wie kannst du, wie, wie kannst du unser Herr, guck mal, guck, schau mal, liebe Geschwister, schau mal deine Beziehung mit dem Fernseher, schau mal deine Beziehung mit deinem PC, mit deinem Laptop, mit deinem Handy, schau mal deine Beziehung, schau, schau mal, schau, wie dieses Smartphone uns, oh mein Gott, das Leben räumt, die Leute sind Facebook, Instagram, YouTube, meine Güte, so viel Zeit in diesen Medien. Die Welt ist verloren. Die Welt ist verloren. Guck mal, was suchst du? Was suchst du, liebe Geschwister? Was suchst du? Du bist da, gehst von einer Nachricht, von einem Video zu einem anderen. Weiter, weiter. Was suchst du? Wieso bist du nicht auf dem Knie? Wieso schreist du nicht zu Joshua Machia? Ich musste auch Busse tun. Du Busse. Du Busse. Komm zurück zu Joshua Machia. Deine Kinder? Sind deine Kinder höher als Elohim, als Joshua? Ist deine Arbeit höher als Joshua Machia? Ist deine Frau oder dein Mann höher als Joshua Machia? Wie kann es sein, dass so viele Dinge, Aktivitäten, so viele sein in unserem Leben, die Stellung von Joshua Machia übernehmen? Wir müssen Busse tun. Männer! Männer leiten, Männer nehmen die Stellung von Joshua. Was sie sagen, ist höchste? ist das höchste Wort? Nein! Nein, liebe Geschwister, nein! Wir müssen alle respektieren. Aber Joshua Machia ist der höchste, Elohim. Ist der, ist der höchste, der ist... Ah! Ich danke dem Herrn für sein Wort. und ich bete, dass wir alle Busse tun. Zurück zum Wort, zurück zu Joshua Machia. Nein! Dass wir uns